So meine Freunde, die Aufnahme ist am Anfang auch wieder krass verbuggt, aber es hört sich halt wieder echt feierlich an, deshalb lasse ich das einfach drin, äh, ab so ungefähr 30 Sekunden wird es dann richtig synchron, also ab da ist dann alles normal, ähm, ja, trotzdem hoffe ich einfach mal, dass euch das Video gefällt und jo, dann jetzt viel Spaß mit dem Video. Minecraft Season 1, Loris aka Loris Acklo, und ja, so, ich bin hier bei meiner kleinen, kleinen Leinbude hier im, ähm, 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 äh, in der Schoch, ja, dann geh doch, ja, der ist gerade nicht da, stimmt, doch, ich bin noch da, ich muss jetzt gehen, ach so, offline, so, Truhe, zu meiner Truhe, Wanne, was, was muss er machen, kurz zum Supermarkt und hör mir was zum Fressen, er ist so, er feierlich, Loris, so, jetzt noch ein bisschen Erde, wenn du doch nicht auf dumme Gedanken kommst. Halt die Fresse, mach jetzt wirklich ins Bettchen. Nein, weil ich nicht. Mann. Warum denn nicht? Mann, weil ich kein Holz hab, besockt man mich. Oh, Skeleton. Da ist ein Skeleton. Wo bist du denn? Oh, da ist ein Skeleton. Oh, ist doch egal. Überlebt die Nacht, fahr ein bisschen Level. Kriegst du Schelle? Ich darf nicht sterben, habe ich gerade festgestellt. Mann, doch, Knut, warte. Ich penn kurz. Hier war doch das irgendwo. Lukas, oh mein Gott. Hey, diese kann ich mir kein Holz machen. Ich hab's doch. Was ist denn das, Alter? Ich hab's sie denn in die Truhe gelegt, oh Gott. Bitte stirbt. BSS Tod, aber ich hab ein halbes Herz. Oh, es ist so krank. Einfach wie, das ist ein Bett. Da ist du. Da, da ist es. Okay, ja, Luca, leg dich ins Bettchen. Okay, okay, sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Boom. Oh. Oh, perfekt, Alter. Oh, scheiße, wenn jetzt hier was passiert, bin ich am Arsch. Wenn hier jetzt ein Creeper kommt oder so. Okay, perfekt. Gut, so. Aber ich muss kurz hier aufmachen. Nee, falsch. Bis dann, Loris. Bis dann, Loris. Ich hab, warte, noch 10 Sekunden. Da kommt was auf mich zu, oder? Da fang ich brenne. Gut, gut. Deswegen haben wir ein Wasser immer dabei. Nee, ich hab doch keine Eisen. Warte, komm mal zu mir, ich geb dir ein bisschen was. Ja, wenn ich wüsste, wo du bist. Guck dir auf die Karte. Oh, scheiße, Alter. Ja, ich geb dir aber auch nicht zu viel, okay? Doch. Nein. In die Richtung, dass du irgendwo seinst. Dass du ein bisschen ausrüstest. So, oh, ein Zombie, okay. Da hab ich natürlich jetzt sehr Lust drauf. Lava. Lava ist auch vorhanden hier. Alter, ich hab noch ein halbes Herz gerade. Hält. Feierlich. Loris, Loris. Kommst du in meine Richtung? Ja, ich bin genau über dir gerade. Kann nicht sein. Doch, da, ach da unten. Ja, wie komm ich denn zu dir runter? Also, Loris. Bist du, Alter? Ich bin über dir. Bist du nicht? Doch. Hä? Er gibt keinen Sinn, man. Du bist niemals über mir. Mann, ich bin das hier unten. Ich bin das. Oh, scheiße, Mann. Ach, lol, da bin ich die ganze Zeit zum Falschen gelaufen. Ja, ach. Wo muss ich denn? Wo muss ich denn? Oh, ich bin zu Hause rennen, oder? Oh, mein Gott. Hast du eine Kiste bei dem Haus? Weil ich weiß so in etwa, ja, wo es ist. Ja, habe ich. Gut, da packe ich das rein. Erfährst du jetzt wirklich Nahrung gönnen? Dir? Ey, bist du... Hä, so bist du... Mann, jetzt finde ich nicht mal dein Haus. Okay, Alter, ich gehe wieder nach oben. Knut, ah, ich überlege, ob ich auch meine Häuser in diesem... Nein, ich bin gestorben, aber direkt davor. Es war auch nicht wieder. Oh, okay, Knut, komm mal zu mir. Nein, ich komme jetzt nicht zu dir. Ich habe kein Essen mehr. Oh, die Eisenspitzhacke hat nun mal Glück. Ja, ich habe bei mir ein bisschen Essen, komm. Nein, Mann. Was ist los? So, ich mache mal hier. Wo muss ich denn in welche Richtung? Eine Fackellinie. Ja, warte. Kurz. Damit ich weiß, wo ich hin muss. Komm, Pferd zarek. Nee, doch, guck mal, Lina. Los, machst du Lasagne aus dem Pferd. Der war so flach. Aber egal. Oh, eine Karotte. Das ist natürlich sehr schön, das ist ein sehr schön... Was? Ich habe 16 oder so. Gut los. Level? Das ist... Nein. Ja, Karotten kannst du perfekt anpflanzen. Ja, was machen beim... Knut, wo bist denn du jetzt? Ich bin hier hinten. Ja, okay. Gut. So, da geht's. Ja, warte. Ja, du bist schon... Nee, dreh dich mal. Ja, genau so, genau so bleiben. Ja, Mann, ich seh dich doch, du Scherzschutz. Komm, da hinten kommt ein. Und gegammelt. Der Knecht. Die Knechtige Lappen. Ich brauch was zum Zubauen und zwar schnell. Gut, wir wollen das Bändle ohne Tote. Alter, was ist denn das hier? Mir wäre ich fast runtergefallen. Das ist die Schlucht. Ja. Verrecke! In der Hölle! Du Spine. Alter, ist doch richtig viel Eisen, aber egal. Ja, komm mal hier jetzt. Komm, die Kuh fliegt runter. Okay, so. Stopp. Kannst du mir auch ein bisschen Nahrung geben? Eine Kartoffel? Eine Kartoffel reicht mir schon. Ich geb dir drei... Ich hab keine Kartoffel bei. Oh, zwei Spine. Danke sehr. Räuchte ich nur noch. Ich höre ein Zombie ankommen. Ich... Ich... Ich esse es so. Oh, Diamanten! 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 Oh mein Gott, Junge! Wie viele? Die auch... Wie viele? Junge! Oh mein Gott! Es ist ja nicht mal nur Päcklack, was er hat. Junge, sieh! Ich hab... Ich hab neun Diamanten! Jetzt! Das ist so schwach, ey. Es ist so geil, Alter. Nicht nur EA liebt mich, sondern auch Minecraft. Und jetzt muss ich hier irgendwie zurückfinden. Komm, ich hab irgendwie in zwei Stunden... ...zwanzig gefunden. Guten Lore. Und du musst du einfach noch ein paar Minuten... Ey, nee, nee. Das seh's nicht ein. Guten Lore. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich zurückfinde. Ich bräuchte Wasser. Ich bräuchte echt... Ich bräuchte echt Eisen. Gut, gut. Und dann, ich geh jetzt auch mal in die Schlucht. Ich hab dir 20 Eisen gegeben. Komm her, Marke. Komm her, komm her. Ach, solltest du mir echt Eisen gegeben? Ich hab dir 20 Eisen gegeben. Da, da, da geht's lang, da geht's lang. Oh, wie dumm, komm, Mann. Alter, nee. Ich hab auch noch kein... Kein, äh, keine Kohle. Ich hab mich die ganze Zeit um Nahrung gekümmert. Warte, hier, warte. Du hast dich um Nahrung gekümmert, aber hast trotzdem nicht zum Essen. Gut. Ja, ich weiß schon, gut. Gut, what, 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 wo ist da grad ein Creeper fast in die Luft gegangen? Alter, ein halbes Herz. Oh, Mann, ich bin nicht. Bleib doch noch mal kurz, ich brauch ein bisschen Holz. Ja, bleib hier, Lor. Oh, Alter. Hab ich den Sprung schaffe? Scheiße, ist das krank. Jetzt kommt, das wird nichts. Wo seid ihr eigentlich? Alter Moody. Warte mal, wo seid ihr? Sehe ich euch? Ne, ich kann euch auf der Karte sehen. Die Karte hab ich aber gerade nicht am Start. Deshalb scheiße ich mal drauf. Und jetzt kann ich eigentlich... Ja, okay, ich hab noch ein bisschen Eisen dabei. Ich sollte vielleicht nicht so krass YOLO gehen. Und ich hab ein halbes Herz, ey. Das macht mich echt traurig. Das ist ja voll. Oh. Oh. Oh, wie knapp, Junke. Der wir beide fast die ganze Zeit immer verrückt. Ja, ich hab kein Essen hier unten, Alter. Ich hab kein Essen hier. Und bin in einer Höhle, wo nur Creeper und Lava ist. Du weißt, was das bedeutet, Alter. So, äh, Holz. So, jetzt geh ich. Aha. Loris. So, Loris, verabschiede dich dann noch höflich von deinen Fans. Okay, du hast wahrscheinlich keine Fans. Du bist wahrscheinlich der Gehasseste auf unserem Kanal, aber egal. Ey, die Schresse. Ey, heute. Heute ist so ein Spassi. Schreibt auch noch extra an. Ja, äh, du hast mit Streaks gesorgt, äh. So kann man denn sein und einen dafür auch noch anschreiben. Ey, was für Lappen war das. Ja. Bei FIFA würde ich die gerne mal anschreiben, aber dann nicht bei Advanced, Alter. Advanced juckt mich nicht. Ja, mit Sniper Gold die ganze Zeit gut. Ist das feierlich. Ja, ich will die, ich will die Moors auf Gold kriegen. Und die RW1. Und die Bulldog. Und die Bulldog. Ah, ne, die hast du ja auch schon. Ja, naja. Ich feier's einfach, Alter. Was hab ich hier nicht auf Gold? Bist du ja der größte Held. Alter, hier ist die Fledermaus. Wann machst du denn die Tuck auf Gold? Ey, die ist nicht ganz ehrlich, Sau, scheiße. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Laura hat das Spiel verlassen. Hallo, Raps, dann kommst du aber dann auch wieder online, wa? Oh, ja. Was gönst du dir denn zum, als Nahrung? Keine Ahnung, werde ich's dann sehen, ne? Gut. Bio-Mais gönnt er sich aus. Bis dann. Okay, komm, Marki, wir gehen Loris ausrauben, lass eine Kiste aus plündern, ja, go. Ein Spaß, wir sind ja nicht asozial. Oh mein Gott, ich geh hoch, Alter. Ich muss hoch wieder. Ich hab ein halbes Herz und null Nahrung, ey, das ist echt traurig. Ja, ich hab auch nicht so viel Nahrung. Aber ich hab halt gute Sachen. Und da ist ein Creeper, der sollte mich am besten nicht sehen. Der wär, der, das war wahrscheinlich auch. Weizen, Wachs, doch mal, ich schlag dich ganz kaputt. Ah, okay. Ich hab, ich hab auch schon ein Gehege, aber ich hab halt noch keinen Weizen, um Kühe zu holen, weil Kühe sind, sind direkt hinter mir, hinter meinem Zuhause. Und da ist auch ein Schäfchen, das ist nicht toll. Okay, Digga, äh, ich geh jetzt in... Oh, Spinne! Egal, komm, ich muss jetzt sterben. Ich hab nichts dabei, okay, ich überdenk meine Taktik. Aber jetzt nochmal, ich lock die Spinne mal weit weg, damit ich, wenn ich spawne, nicht von der gestört werde. Dann sterb ich jetzt einmal bitte. Komm, Spinne töten einmal bitte, jetzt nicht. Nicht, ja klar. Nicht, nicht, Junge. Okay, hier war ich auch noch gar nicht. Ah, ich geh, ich geh irgendwann später nochmal hier rein. Okay, doch, da war ich. Da war ich. Da war ich. So. Wird's dunkel? Wo ist die Sonne her? Wird schon langsam dunkel. Und auch nicht ganz. Ähm. Hier ist nichts, okay, komm. Ich mach's einfach, ich geh jetzt sterben. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Gute Einstellung. So, okay. Okay, komm. Bitte lass mich nichts falsch gemacht haben. Wiederschein. Yes, okay, okay, okay. Okay, okay. Aber wie komm ich jetzt hoch? Ist einfach die größte Frage der Welt. Oder, Marge? Warte, was brauch ich in meiner Hand? Das Schwert? Die Fackelnsteine? Oh, scheiße, Alter. Okay, ey, wenn ich jetzt nicht vorsichtig bin, kriegst du so eine Schelle, Marge. Okay. Da leg dich mal schlafen kurz. Scheiße, Alter, wie soll ich hier wieder hochkommen? Leg dich mal schlafen. Ja, okay. Nein, Junge, sorry, aber ich kann mich grad nicht schlafen legen. Hier sind so viele Creeper. Sorry. Dann hol dich doch in die Wand rein. Ja, Digga, warte. Sorry, aber ich muss hoch, Digga. Wenn ich... Ich geh jetzt nicht schlafen, dafür bekommst du 10 Eisen, ne? Ist doch ein fairer Deal. Fuck. Nein, 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 nein. Das ist natürlich nicht gut. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Gut, gut, gut. Das war okay, das war okay. Scheiße, ich höre was laufen hinter mir. Mann, ey. Wie soll ich... Zombie hinter mir? Zombie, Zombie, Zombie. Oh, ich muss einfach... Ich muss hoch, Alter. Ich muss mich hier hochbauen. Das kann jetzt ein bisschen üblich sein, meine Freunde. Aber ich werde wahrscheinlich hier oben auch die Folge beenden. Nicht wahr, Marge? Passt ungefähr von der Zeit. Ah, die Fresse. Ja, was los? Maschinen sagt, kurzer. Geht voll. Sind jetzt auch schon wieder 14 Minuten. Bis dann jetzt hier alles gecuttet ist. Passt ungefähr. Und ja, wir... Ich hab nur noch einen Helm, Alter. Dann hab ich eine komplette Eisenrüstung. Ja, komm, geb ich dir, geb ich dir. Geb ich dir keine Sorge, Digga. Okay, so, Alter. Wenn jetzt irgendwie Lava über mir ist oder so, dann kriegst du so eine Schäden, Marki, Alter. Das wird nicht feierlich. Okay. So, mein Freund. Ich bin zwar noch nicht direkt ganz oben, aber das wird sich bestimmt in der nächsten Folge ändern. Ich gucke mal jetzt kurz nochmal auf die Karte, wo ich ungefähr bin. Was? Wo bin ich denn, Alter? Ne, egal. In der Nähe des Dorfs auf jeden Fall. Das ist okay. Und ja, in der nächsten Folge geht's ja weiter mit Minecraft. Haut rein, Marki, möchtest du noch was sagen? Alles, äh, auf Wiedersehen. Sehr gut, Marki. Haust drin. Ciao. Ne, egal. In der Nähe des Dorfs auf jeden Fall. Das ist okay. Und ja, in der nächsten Folge geht's ja weiter mit Minecraft. Haut rein, Marki, möchtest du noch was sagen? Alles, äh, auf Wiedersehen. Sehr gut, Marky. Haust du rein. Ciao.